Bei mir ist Keno Kramer, Sprecher des Nordgate. Guten Morgen erst mal. Schönen guten Morgen, Frau Wegner. Erzählen Sie doch einmal noch kurz, was ist überhaupt Nordgate? Für alle, die es noch nicht gehört haben. Wer es also immer noch nicht weiß, Nordgate, das sind die sechs Städte und Gemeinden entlang der A7 von Neumünster über Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Hennstedt-Ulsburg, Quickborn bis Norderstedt. Wir haben uns zusammengetan und vermarkten gemeinsam unsere Gewerbeflächen, denn die Grundidee dahinter ist, es ist uns lieber, wenn jemand bei uns sich nicht ansiedelt, dass er sich im Nachbardorf oder in der Nachbarstadt ansiedelt, als ganz woanders. Das heißt, Sie machen es den Unternehmen insofern einfach, dass man zu Ihnen kommen kann, sagen, ich möchte irgendwo in dieser Region mich niederlassen und Sie geben mir ja wahrscheinlich spezifische Informationen, wo sich das für mich als Unternehmen besonders anbieten würde. Genau, wir haben unsere Angebote zusammengefasst und wenn Sie früher so von Rathaus zu Rathaus und Bürgermeister zu Bürgermeister laufen mussten und von Amt zu Amt, ist es heute ganz einfach. Wir sind eine sogenannte One-Stop-Agency. Wir bekommen also bei jedem Partner alle Angebote aus allen sechs Partnerstädten. Sagen Sie doch kurz, was zeichnet die Region hier im Norden so aus? Warum sollte ich mich hier niederlassen? Nun, die ganz große Stärke ist natürlich die Metropole Hamburg. Davon profitieren wir alle rund um Hamburg herum. Aber die A7, die sogenannte Jütlandroute rauf über Flensburg nach Dänemark, ist natürlich auch eine ganz wichtige Verkehrsachse. Und wer direkt daran liegt, der kann all diese Vorteile nutzen. Sie halten gleich auch noch einen Vortrag. Was erzählen Sie dort den Anwesenden hier, Besuchern und Unternehmen? Ja, ich denke mal, das geht so ein bisschen in Richtung ZDF. Zahlen, Daten, Fakten. Zweimal im Jahr untersuchen wir unsere wirtschaftlichen Kennzahlen. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, Nordgate hat beispielsweise 230.000 Einwohner und ist damit die zweitstärkste Einwohnerregion in ganz Schleswig-Holstein. Noch größer als Lübeck. Oder Nordgate hat 89.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Und auch die Kaufkraft liegt über Bundesdurchschnitt. Das heißt, wir sind eine wirklich starke, nämlich die zweitstärkste Wirtschaftsregion in Schleswig-Holstein. Und wir reden ja auch von einer ganz schönen Größe. Man kann es hier im Hintergrund sehen. Eine Million Quadratmeter. Das ist die Fläche, die Nordgate anzubieten hat. Die gibt es natürlich nicht am Stück. Aber tatsächlich, wenn man die Angebote aller zusammenrechnet, dann kommt man auf eine Million Quadratmeter. Und ich denke mal, da ist von 30 Euro bis 230 Euro den Quadratmeter Bauland für jeden was dabei. Sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Kramer. Danke Ihnen, Frau Wecker.